Und ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit von Löha Gameplay als Hobby und dem letzten Kampf, der jetzt kommen wird mit Wrestler Pikachu. Zumindest bei dieser Aufnahmesession. Ich werde natürlich in Zukunft immer noch spielen. Okay, wir suchen den nächsten Gegner. Mal schauen. Wie gesagt, ich hoffe immer noch ein Ratter-Revash mit Dai. Schade, ist er nicht. Ix-Poo mit Pikachu. Okay, aus Spanien. Na, für den sieht es auch nicht besser aus von dem Prozentsatz her. Na gut, schauen wir mal, ob wir den hinkriegen. Der ist aber immerhin noch Gruppe D1. Das heißt, es gibt immerhin 75 Punkte, finde ich, wenn ich gegen ihn gewinne. Schauen wir mal. Adedes DOZEN Ai, ai, ai. Ja. Ah, Donner erwischt. Nein! Okay, eins nur für ihn. Meine Güte, warum bin ich so schlecht? Kann ich wirklich nur mit Knackrax spielen, um gut zu sein? Toll, voll nicht getroffen. Hallo? Meine Knöpfe reagieren nicht! Kann ich auch. Toll. Seins hat funktioniert, meins wieder nicht. Das kann ich auch wieder kotzen. Wie? Ich hab das überlebt. Wenn ich das jetzt noch rumreiß... Nein! Okay. Okay. Ach, Mann! Ich drück eigentlich auf Glocken und nix macht er. Oh. Okay, Leute. Ich glaub, ich muss doch wieder mit Knackrax spielen. Es tut mir leid. Aber ich mein, ich hab jetzt auch so lang nicht mehr durchgehend mit Knackrax gespielt. Also von daher... Ich muss mal wieder ein paar Punkte sammeln. Es kann ja sein, dass ich immer nur mit jedem Charakter nur einen Sieg hole, aber drei Niederlagen. Das macht mein Prozentsatz ja dermaßen zunichte. Das kann ich nicht auf mir liegen lassen. Okay, aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Zumindest zur Unterhaltung. Das reicht ja auch schon mal aus. Und, äh, ja. Das dürft ihr mir auch gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Kampf wieder. Falls ihr mich übrigens noch nicht abonniert habt, dürft ihr das jederzeit gerne tun. Dann sehen wir uns erst recht wieder. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, beziehungsweise auf meinem Kanal. Und auf Wiedersehen. Tschüss! Tschüss! Achja, das war von New York Gameplay. Das hat's hotten. Mit Pokémon-Technik. So, jetzt aber. Tschüss!